ich bin's der atta und ich begrüße euch zu einer neuen folge von skyrim schön dass ihr wieder mit dabei seid und ja wir haben mal wieder mit einem cliffhanger beendet und müssen sie uns hier um und ja ich habe jetzt ein paar tage nicht gespielt muss ich eigentlich gestehen und überlegen gerade wo wir hier sind die letzte frage wie ich selber noch mal angeguckt bücher beschädigte also schon stecken und man sieht jetzt geld mit kolben lassen liegen auch nicht hier worte und philosophie nehmen wir mit heiltrank nehmen wir ruhig erst mal mit hier ok johnny be gott oder so traurig aber jetzt keine lust drauf hier oben steht auch einer an das mal hingehen diese maske das gold nehmen wir mit nichts zu sein jetzt noch eine tote leiche das stahlschwerb nehmen wir mit das war alles ja stahlhorn helm ich habe das gefühl wir sollten eventuell war hier das essen mitnehmen nicht dass es da kommt das gold 5200 das war gerade so eben ausreichend die tür versiegelt die tür von der seite versiegelt ja was wollte ich gerade sagen das habe ich vergessen traurig schön dass man hier nicht weiter laufen konnte eben essen essen so noch hier rein damit das war wie hier 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 ist hier 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 ist hier 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 geschmeidiger nehmen wir mal mit feine nehmen wir auch mit noch mehr und das gold nicht mehr wird richtig ja scheint so ja ich habe eine zerstörung ja so ein hebel sein hängemuskulung mitnehmen ja okay ja auch nicht Mal schauen, wie es hier weitergeht. Die sind zu einfach, ich glaube wir müssen schwerer stellen. Wie ist das hier passiert? Die Zweifel, die kann man auch mal mitnehmen. Bekleidung können wir mal ändern. Wir haben, aber die geben Ausrüstung, da ist doch die Zwergenstiefel, ähm, was trifft wir jetzt aktuell diese Kultistenmuskeln, 29 und nichts und der Zwergenhelm, 29 und mehr. Wir schmeißen mal ein paar Kleinigkeiten, wir haben schon welche Waffen aussehen, eingesammelt. Da können wir eigentlich mal tauschen, ne? Mal unseren, äh, mit 15 und der macht 23 Schaden. So. Mal eine Spitzhacke. Wie soll ich mal zwei Spitzhacken dabei? Da muss ich mal eine fallen. Ähm. Warte mal, wir haben schon Bekleidung und Rüstung eingesteckt, oder? Ähm. Oder unter sonstigen irgendeinen Scheiß, den wir nicht mitnehmen müssen. Schalen bringen noch was, ja. Gut, da weiß ich was dann wegschmeißen. Die. Und... Ja, die Verlustung. So. Einmal am Hebel ziehen. Du musst dir nur den Nippel durch die Loge ziehen. Drei. 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 Oh, Mensch. Nee, hör. Hier. Nimm, hör. Es ist auch da so. Drei. Drei. Oh, ne? Drei. Drei. nee hier ist ja gar nicht wir können aber flammen waffe ist weg oder gab es eine waffe das wird mal später vielleicht irgendwann mal holen oder so oder auch lassen ich habe schon nicht schreien das gold nimmer mit das gold nimmer mit ok was haben wir hier so stahlschwert der kälte nehmen wir mal mit klingt teuer nein die stiefel nimmer mit als teller ist nimmer mit ok an speichern hier na wieder eine spinne es ist damit die welt rote bücher kaputte bücher war nicht gesoffen haben sie bist du tot war ja jetzt sind es sich weiter mal speichern geöffnet level ab damit ist goldknochen pfeile der moment restlos aber liegen so langsam herausfinden was es hier geht schreit nach einem neuen drachen schreit ich kann das hier vor mir hin müssen wir ein bisschen uns heilen so warte mal wurde entwaffnet spinnt der so das ist scheiße wegfordern so heilen so heilen da waffeln heißt es hier ist noch so ich habe jetzt ist es aber das kann schwerer kam oder dumm was ist Oh Lass uns mal kurz was reinpfeifen Noch ein bisschen mehr schleppen Scheiße rein falten Ja doch ein bisschen mehr Joghurt im Rucksack als wir Und haben die Äpfel noch weg Irgendwas viel liegt Cool Weg damit Ähm Äh 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 Unter Zaubertränken Einmal den Und einmal den Und einmal den Mundzu Boah da war Mundfäule Äh Äh Zaubertränke So Und 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 er hat uns ja besser erst eine ticke hose waren wir kommen der bau oder abhauen ich nehme auch mit in welchem schenke schon alle müssen wir aber noch schlecht vorbereitet so aber den bogen schüler nicht mehr da doch da oder wieso erst so jetzt wieder da war ich an noch so ein richter haben wir in zweiter dabei aber das ist das lohnt sich aber dann schmeißen wir einfach das recht geschäftes buch die gedritte das damit auch ein muss das war schon wieder auf ein stil was hier dieses buch also brauchen die mitnehmen noch mal diesen aus erlernen worte macht gelernt waffe entworfen aber noch daran sehen aber habe ich weiß dass meine neuen drachen wir wissen denke ich weiß nicht weg wollen alle runter nimmt nicht okay ist das keine truhe nichts besser gut speichern wir mal ja hier ist doch so schön das trend hier auch hübsch überladen der alchemie gebraut und tränke aber das ist ein bisschen zu viel aber das macht ja gar nichts denn wir schmeißen aber auch diese eisenhelm wir weg und ich weiß ein dach und was es auch so gibt wir sind nicht weitergekommen oder kann das sein nackte leiche war es im essen ja wenn wir etwas kochen warten und das sucht sei jetzt können wir da verkaufen gehen was wir auch machen silber strom höhle war es genau hier war geschlossen hier noch einiges ist ja noch machen können jeder winter fest was ist was nicht so fährt man schwer lang ja nein was der lahn ja eigentlich nicht nur und was doch hier hast du auch doch wir haben ein waffen ja ja der wird da oben rum eiern hat er noch mal glück gehabt hat er noch mal glück gehabt ich tue was nötig ist um ein auskommen zu haben muss ich ja wohl denn auf meinen bruder kann ich mich nicht verlassen etwas hiervon etwas davon siebenhundert mal auf die den sowieso habe ich richtig schön kohlen sperrte kälte 16 die braucht 24 also von daher auch weg weg der kleidung weg 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 tschüss maske weg was das was das weg 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 schmuckstücke krims krams solche sachen ja den nehmen wir uns hier noch ja wenn ihr nach an mir sucht der liegt entweder bücher schafft und 60 für 60 mit einer schwebe lichtquelle 170 jetzt können wir natürlich wieder schleppen das ist irgendwo hier drache umeiert leider können wir ihn nicht kaputt machen das hat man immer zum toten schreien aber schauen weil er ist noch nicht abgeschlossen ich sehe noch so viel auf leute es geht euch nichts an freund was ist das da muss ich niesen alftand ok ok ja kann ich vielleicht ich habe einen alten schweizigen bogen dabei sich gerade vielleicht aufschießen anschießen naja gut weiter und hat er ist hat katzenpipi aber noch easy wusste ich würde sehen stein gold granatstaat waren kette auch bei boten hier sind eingequetscht warum uns das mal hier an hier hat er nur gesehen was der stadt versunken ist dass die eis ruin das machen wir der nächsten folge das machen wir ruhig der nächsten folge habe ich schon 30 minuten voll ich bedanke mich recht herzlich dass ihr mit dabei gewesen seid wir sehen uns der nächsten folge tschau 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 sagt er hatte jetzt habe